Auf 3400 Höhenmetern treffen sich die Kulturen. Die Deutsche Schule Mariscal Braun in La Paz, Bolivien, ermöglicht deutschen und bolivianischen Kindern eine exzellente Schulbildung vom Kindergarten bis zum Abitur. Die Schule überzeugt durch praxisnahen Unterricht in modern ausgestatteten Klassenräumen. Hier arbeiten mehrsprachige Erzieher- und Lehrerteams. Die Schülerinnen und Schüler lernen so nicht nur Deutsch. Dank der international anerkannten Schulabschlüsse können sie sich später aussuchen, ob sie im In- oder Ausland leben wollen. Wenn ich die Schule beende, habe ich einen deutschen Abschluss und das hilft mir, in Deutschland zu studieren. Auch demokratische Prinzipien und soziale Verantwortung stehen hier auf dem Lehrplan. Die Schule in den Bolivianischen Anden bietet viel und begeistert viele.